So und da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Guten Tag. Habe ich noch irgendwelche tollen Sachen, von denen ich dir erzählen könnte? Ich finde gut, dass Nagoto immer noch ein gehender Nest in Bogoto. Der hat sich gedacht, scheiß Test. Wofür? Weißt du, wer ein Schwunen in Bogoto ist? Ich meinte gar aus irgendeinem Grund, der wird demontiert. Demontiert. Ich meine, das wurde er auch. Es ist dem doch egal, dass der jetzt in seinem Rollstuhl sitzt. Der wehrt einfach weiter und manchmal steht er da einfach draus aus. Und tut so, als wäre nix fair. Ja, ne? Er ist wirklich in New York, Newman. New York, Newman. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. Und Saske ist ein Baum. Sag, da ist eine Pustituierte. Pustituierte. Was? Pustituierte. Ich meine, das auch. Eine Pustituierte, wo du meintest, die sieht aus wie jemand von deiner Arbeit. Tut die halt. Damit will ich übrigens nicht sagen, dass die vor meiner Arbeit aussieht wie eine Prustituierte. Was hast du wegen Prustituierte? Was hast du wegen Prustituierte? Das kann falsch verstanden werden halt. Ja, dann ist die Person schon dir falsch verstehen, weil die sieht an Prustitution, das ist ja schlecht. Die Person guckt meine Videos eh nicht. Hoffe ich. Ja, ich, ich, ich kontaktiere die jetzt. Hinzu gar nicht. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, aber du weißt nicht, wie du da hinkommst. Doch, mit dem Zug und mit dem Bus und Geld. Taxi. Wo brauchst du ein Taxi? Keine Ahnung, wie gut die Verbindung dahin ist. Vom Bahnhof kannst du laufen, da sind keine acht Minuten. Ja, siehst du mal, das ist ein Hinweis, wo du wohnst. Ich habe dir auf Google Maps gezeigt, wo ich wohne. Ich weiß. Ich kann nicht hinkommen. Selbst wenn, dann könntest du ja immer noch zu meiner Arbeitsstelle hingehen, die ich dir auch gezeigt habe. Und einfach warten, bis ich da irgendwann mal vorbeilauf. Entweder abends oder morgens. Fucking stell dir vor. Fucking, du siehst mich da, du willst auch zur Arbeit gehen und siehst mich dann da irgendwie rumhocken. Ich wüsste nicht mal, wo du da rumhocken willst. Vor der Tür. Das sind immer so komische Leute. Und ich bin einer davon, aber ich gucke dich dann lieber das nochmal an. Also muss ich mich erstmal gesehen haben. Leicht angeekelt. Warum fragst du mich das immer, wenn wir The Forest spielen? Weil wir hier viel reden. Aber du redest immer über das. Weil ich es immer noch super finde und ich verwirrt bin, warum ich das getan habe. Warum habe ich dir das angetan? Ich habe es von einem Bekannten erfahren. Warum habe ich dir das angetan? Ich habe es von einem Bekannten erfahren. Ja, hast du. 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 Warum kann ich nur noch ein Brett gleichzeitig in der Hand halten? Was sind das für Kugeln? Ja. Was sind was für Kugeln? Irgendwas gefunden. Ich hab den für sie gepimpt. Ist das alles? Was soll das denn für eine Höhle sein? Hier war ja gar nichts drin. Nur so ein komisches Bild. Wirklich mehr nicht? Glaube ich nicht. Soll mehr sein. In allen anderen Höhlen war auch gut. Soll ich nicht mehr mehr als ein Brett hochheben gleichzeitig. Fuck. Vielleicht hast du es von einem Bekannten erfahren? Nein, nein. Nein. Ich mein, du hast ja ein Brett schon durch deine Waffe. Brettpit. Die Welt geht schon wieder unter. Was hast du gemacht? Nichts. Das glaub ich dir nicht. Ich kann noch keinen zweiten Holzblock mehr in die Hand nehmen. Speichere kurz und laden neu. Ich weiß nicht, ob du dann speichern willst. Guter Punkt. Ich gehe Gas und laden neu. Musst du halt die, äh... ...das Ding uns nochmal von dort unten holen. Fölz. Das ist, äh, Artefakt. Achso. Ja. Es ist sehr gelb hier. Das ist das Star Wars Episode 2. Du musst auch das Spielen erladen. Gut. Muss ich nicht. Komm, ganz sonst nicht mehr rennen. Warum nicht? Weil, Steam mir nicht anbietet. Hey, Spiel beitreten. Warum kann ich hier nicht... Oder soll ich die gestlichen 16 Minuten, weil sie schon die letzte Folge ist, einfach nur die Stimme im Hintergrund sein? Kannst auch nur die Stimme im Hintergrund sein. Die letzten 16 Minuten die Stimme im Hintergrund. Ich kann dich zum Zuschauen einladen. Aus welchem Grund auch immer. Aber nicht hier ins Spiel. Ja. Du bist hier gerade auch noch im Spiel drin. Obwohl du nicht im Spiel drin bist. Wo du eben disconnected bist, stand da. Ja. Ich fühlst dich wieder gut. Guck mal, so. Vorher ist zu viel. Ich fühlst dich. Wer hat den Dibel 8, war gut. Nettel den Dibel ab. Die wäre dann bald Pottl. ich sehe nichts kannst mir ja mal irgendwelche tollen trends die gerade bei dir auf twitter sind erzählen und dann reden wir darüber wo habe ich da habe ich also bei mir ist in twitter gerade bei den trends werden werden laden will kawaii so zu sagen nekiru irgendein sport training training als ja hunter hunter warum hast du hier gebaut warum sind das so viele japanische sachen du dir das angeschaut training in kanzai warum kann sein collection so heißt es also solche trends sind halt auch scheiße ist genauso dämlich wie guten morgen rein weil zu diesen trend der auch nur drin ist weil irgend so ein typ da halt einfach was schreibt und dann schreibt jeder den guten morgen rein der schreibt eigentlich einfach nur ja ich bin gerade aufgestanden und habe das gemacht und jetzt arbeite ich guten morgen rein ich weiß es doch nicht das ist falsch mit meiner energie grad gewesen heute nicht hey du hast connected wie hast du connected wenn du meintest du kannst nicht weil es in den kunden wie gegangen ist das spiel ausgeschaltet war es nicht mein problem bin die und was meintest du mit was habe ich da gemacht was hast du gemacht das sieht halt komisch aus da oben muss sobald ich dann mal den urlaub dann habe am 15 vielleicht sogar schon am 14 die ganzen dead rising parts dann endlich mal machen das war die letzte folge die immer noch aus der ersten aufnahmesession gestammt hat ich sehe nichts ob wir dann gleich storm probieren irgendwie das zumindest mal anschalten und gucken wir sind besonders vielleicht ist es nur feature für leute für die sonderedition bezahlt haben weil das doch bei dem story modus wir können das probieren ja aber darauf habe ich heute keine lust morgen vielleicht kann ich das spiel starten die modus muss ich ja nicht machen schon wieder eine priorität einfach ist erstmal nach da oben hin bauen dann kann ich mich auf eine sache dann komplett konzentrieren das brauchst du dann einfach komplett über den ganzen berg rüber und dann auf der anderen seite wieder runter da ganz oben da war ich halt und da habe ich mich hat gefragt herbert ist ja und dann bin ich darunter gesprungen ja war es nicht dabei ja wunderbar wie du das hier wieder verbunden hast danke wahrscheinlich nicht wirklich ich bin gerade als ich hier weiter runtergerutscht bin irgend so einem typen begegnet der hat mich angreischt und ist dann wieder ich glaube bisher sind noch nie wirklich kaputt gegangen wenn man die beschützen musste bisher waren nur halt schon relais von anfang an kaputt und die wurden repariert eins von den relais die wir da jetzt haben habe ich zum beispiel mit geholfen aufzubauen ich habe keine ahnung ich merke mir die namen doch nicht kann sein dass es das von der erde war das brände keine ahnung vielleicht dann nicht wenn es kaputt ist ja sie sind nicht kaputt das brinden wird dann war dann würde das vermutlich gewesen sein das ist eigentlich der populärste plan da also nicht klank und sind die karte die populärste instanz ist dort 69 obwohl das irgendwie nie besser ist wenn ich da drauf kann ja weil da auch nur sehr wenig leute meistens drauf sind aber genug damit es dann da bleibt ist der sinn hinter 69 dort da sind immer dann leute die versuchen genau diese instanz um zu halten damit leute da drauf können ja jetzt müssen wir entscheiden ab wann wir hier die kurve rein ja welche kurve ja rüber zur modell ach du die kurve dickurve dickurve der war der fette michi noch wohl der dicke michi warum nimmst du den fett was soll das wer war es denn der war doch vielleicht da 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 warum kommt mir das hier griechisch vor wenn es weiß ist obwohl griechische sachen eigentlich angemalt waren aber die leute waren dumm und haben das dann weg gemacht plakat offen waren angemalt zu regenbogen farben der fahrzeugen bei der fahrzeugen verbrauchen muss gleich weg aber dann ist der folge schon vorbei Apropos, wie lange ist die Folge noch? Minuten. Wie wäre es mit drei Minuten? Nee. Okay, dann bin ich jetzt schon weg. Prost. Hehehehe. Und hier oben kommt das Helipad hin. Kleines Hütchen. Wo man dann aufs Dach gehen kann und dann kann man hier runter fliegen. Ich finde es interessant, wie winzig dieser Strand dort vorne aussieht. Und wenn man dann da ist, ist der riesig groß. Einer der größten. Nicht, dass man den hier großartig erkennen würde dank dem Nebel. Oder Wolken, keine Ahnung. Könnten auch Wolken sein. Obwohl die sind eher dort. Alles, dass ich hier den Weg darunter nicht so richtig verfolgen kann. Ich glaube da kann ich schon entweder nichts mehr erkennen. Oder da stehen einfach die Bäume im Weg. Und da richtig runter. Ja. 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 Erstmal so im Kreis hier weiter runter rutschen. Das ist schon wieder die ganze Zeit dieses komische. Das ist jetzt aus dem Spiel. Ist das von draußen irgendwo? Ich weiß nicht woher das herkommt. Ich wüsste wirklich gerne mal woher das herkommt. Hast du gesehen, was ich mit dir gemacht habe? Nee. Das habe ich weg gemacht. Ich habe dich da runter gestoßen, indem ich auf deinen Kopf gesprungen bin, bis du runterfällst. Willkommen. Weil ich kann. Hallo. Nein, ich werde das nicht mehr sagen. Ist das alleine? Nein, ich werde das nicht mehr sagen. Wir haben da wieder ein paar Tage. Es wird schon mal raus. Wir sind jetzt auch viele Male rein. Was ist das jetzt? Nein. Achso, du bist auch hinter der Wand noch. Er war weggebrochen. Gut. Gut. Dann mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ah. In der nächsten Session. Ja. Ciao. Kau. Wow, ist fett ein Kau.